Ah, sonst da ist unser Hund. Und, äh... Was sollte das denn jetzt? Okay, halten wir fest, hier ist ein dicker Oberboss, der anscheinend beauftragt hat, dass sie Birnen klauen sollen. Und zwar meine Birnen. Jetzt haben sie noch meinen Hund geklaut, der jetzt im Hamsterrad sitzt und dem Boss frische Luft zufächelt. Und er sitzt hier in seinem Wurzelplaneten und guckt Fußball. Ja. Äh? Ohne Worte. Okay, hier haben wir so eine lustige Pflanze. Äh, das Glas, hier ist ein Käfer. Was ist denn so ein Hund? Können wir hier? Hier? Ach, aber jetzt ist die Wurst hier irgendwie. Ich hab die Wurst abgemacht, könnte ich die wieder dran hingen. Es geht doch gar nicht. Als ob der Ventilator jetzt saugen würde. Okay, äh, als ob der Ventilator jetzt saugen würde. Nur aufgrund, dass wir ihn in eine Richtung drehen. Ja, klar. Ähm, kann ich die Wurst wieder abmachen? Achso. Ich dachte, der Schlüssel wäre für die Tür, aber der ist hier für das Hamsterrad. Äh, wer sich freut. Wer sich da oben nicht ganz so erfreut. So, dann gehen wir mal nach Hause, ne? Äh, die Rettungsaktion ist geglückt. Und es gibt ja anscheinend einen direkten Zugang zum Bossraum, aber natürlich müssen wir den umständlichen Weg durch den Planeten nehmen. Ja, ist ja klar. Sonst würde das Ganze ja auch keinen Spaß machen. Warum einfach, wenn es auch schwer geht? Jetzt ist es ab nach Hause. Oh nein, der Treibstoff. Oh. Tja, das war unser Rommschiff. Wir segeln per Fallschirm auf einen weiteren wurzligen Planeten wieder, der anscheinend auf dem Rücken von irgendeinem Tier gewachsen ist. Ancheinend ist dieses Universum sehr naturverbunden. So, wir gucken mal, was uns auf diesen Planeten erwartet. Dann müssen wir hier erstmal runter. Wahrscheinlich. Kommt du alleine irgendwie da weg? Nein. Gut, wir freuen uns aber auch mal ein Hund. Ja, da sind doch Ohre. Ach cool, die machen so verschiedene Geräusche. Fühle ich mich gleich wie einer von der Blue Man Group. Die hauen doch immer auch auf so hohen Romm. Übrigens mal eine Show, die ich gerne mal sehen will. Von der Blue Man Group. Ich finde die echt klasse. So, hier liegt ein Käfer auf dem Rücken. Kann uns das irgendwie helfen? Oh, da drüben brennt's. Kannst du das hier aufknabbern? Nein. Kannst du den Hund? Nein. Kannst du irgendwas machen? Ah, setzt er sich doch auf die Blume. Jetzt geht sie wieder weg. Okay. 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 So, jetzt machen wir's nochmal. Komm her. Genau. Kann ich damit jetzt... Hier, Käfer. Setz ich mal da oben drauf. Ah, so kann der Käfer gehärtet werden. Okay. Ähm, das hilft uns wie? Irgendwie noch nicht allzu sehr. Aber puff, puff. Hände ich aber schon einiges an Schrott rum, ne? So eine Kapsel und auch. Man kann dich anklicken, aber du machst nichts. Wie kann ich mich jetzt hier befreuen? Der Blume kann ich auch nichts mehr machen? Ähm, so. Bin ich gerade ein bisschen... ...befragt. Schwierig, schwierig. 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 Komm, mach doch mal was. Nein, er macht einfach nichts. Ich hab euch gerettet. Also dich. Also jetzt hilft mir auch irgendwie. Ich bin gerade was ratlos. Irgendwie muss ich mich doch hier runterzeichen. Es muss doch irgendwas in die Klicken geben. Das ist doch nicht der Wahnsinn. Es ist nichts doch. Es ist auf jeden Fall der Wahnsinn. Es ist, ja. Es ist unbeschreibbar. Ähm. Was ist das? Ach, guck an. Ich hätte nur auf den Fall klicken müssen. Komm ich jetzt hier... Ja, mach nochmal. So einfach kann es sein, ne? So einfach. So. Was ist jetzt mit dem Käfer? Ja, cool. Den kann ich reiten. Nett. Ach, was. Ach, was. Da haben wir... Wieder so ein Kollegen aus dem ersten Teil. Und er will eine Pfeife. Wer hat es erwartet. Ach, wie schön. Die Pilze dockenen sich so weg. Ähm. Den kennt man schon aus dem ersten Teil. Da hat er auch schon geraucht. Ist anscheinend auch hier ein ziemlicher Pfeifenfreund. Und was haben wir hier? Wir haben hier eine Menge Bäume. Und... Ja, wo kriege ich denn eine Pfeife für dich her? Ist das eine Ameisenstraße? Glöckchen. So, mein Vogel. Ähm. Ja. Was mache ich denn die Glöckchen mal? Kann ich dir das geben? Von dem Hund? Nein. Kann ich das irgendwo ran machen? Nein. Was mache ich mit dem Glöckchen? Der Baum sieht so verdächtig aus, irgendwie. Ähm. Ich denke mal, der Vogel hat seine Pfeife geklaut. Wir müssen den Vogel da irgendwie wegkriegen. Aber wie? Wie? Das macht man mit dem Glöckchen. Ah. Wo war denn? Das macht man mit dem Glöckchen. Hier, ich hab deine Pfeife. Wie, ja, da war noch ein Tabakbeutel, oder wie? Ja, komm, hier. Okay, da ist nichts dran. Aber hier ist die, äh, zweite Glocke verschwindet, oder wie? Was ist denn ein Tabakbeutel? Ist das ein Tabakbeutel? Gibt er hier irgendwo rum? Ist das ein Tabakbeutel? Das ist ein Tabakbeutel. Ah, Wasser. Lecker. Und jetzt? Mal ein bisschen Wasser trinken. Oh, diese Rätsel. Ich pinkele auf eine Pflanze und sie wächst, und sie macht Licht. Okay, noch ein bisschen. Knochen. Ja, komm, das. Kann ich jetzt hier irgendwie dran vorbei, oder so? Ach, da ist der Tabakbeutel. Ja, komm her. Den holen wir uns. Ist klar, da sitzt ein Dachs in seinem Bau, weiß nicht, dass da oben ein Knochen ist. Ich muss die Pflanze einpinkeln, damit ich die Knochen sehe. Ja, okay. Hier ist ein Tabakbeutel. Ach, was. Interessantes Feuerzeugen. Ja, können wir jetzt irgendwie... Hilfst du uns jetzt irgendwie, oder... Schmauchst du nur? Was ist mit diesem Glühwärmchen? Ach, es leuchtet, das ist uns den Weg, oder wie? Ja. Das will uns jetzt heimleuchten. Majak. Ach, ein Tag. Ach, ich guesst ein Taxi. Okay. Ja, ähm... Okay, der will nicht aufwachen. Was haben wir hier? Äh, eine Kanne. Koffee. Koffee. Na komm, hier, ein bisschen wach werden musst du schon. Ach, Fischöl, komm. Ein bisschen von allem. Noch ein bisschen Wasser. Was mache ich jetzt damit? Ach, so aufkochen. Ja, wohl, ähm, dann... Nur ein bisschen Kaffee. So, mal gucken, ob das deine Geister leckt. Yep. Das hat geholfen. So, Kumpo, kannst du uns helfen? Bibi, 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 Boo. Was ist denn damit? Also... Was ist denn los? Ich würde hier mit dir reden. Mein Hund macht irgendwie auch nichts. Hallo? Ach, ich kann auf den Berg rauf. Schauen wir mal, wie uns das hilft. Der will ja anscheinend irgendwie nicht mit uns reden.